Ich meine, ohne Chemie würden wir alle nicht stehen und deswegen war das eigentlich schon immer sehr, sehr wichtig für uns. Wie vor allem die Organik so in einzelnen Teilen fast wie ein Lego-Baukasten funktioniert. Ich habe gedacht, das muss ein Fehler sein, weil wir echt gar nicht erwartet haben, dass wir jetzt hier den ersten Preis belegen könnten. Bleibt kreativ, neugierig, verfolgt weiter eure Ziele, lasst euch von Rückschlägen oder Meinungen anderer nicht beeinflussen. Das ist es, was die Forschung und die Wissenschaft braucht.